Ja, schönen Dank. Andi Möller ist ganz schnell noch zu uns gekommen. Andi, was steht auf Ihrer Visitenkarte bei Kickers Offenbach? Weiß ich gar nicht. Ich hab gar keine. Noch keine? Sportmanager wäre das richtig? Ja, so. Ist okay. Was macht man da genau? Was ist denn Ihre Aufgaben bei Kickers Offenbach? Ich sag ihr ernst jetzt hier. Doch, genau. Was sind Ihre Aufgaben ganz genau? Spaßfrage. Nein. Nächste Frage. Ja, ich meine, wir wollten einfach nur wissen, wie die Aufgabenteilung im Verein ist, worüber Sie sich kümmern, um die Sponsoren, um Einkäufe. Ja, was sind die Aufgaben eines Sportmanagers?